hallo freunde des feinen schmerzes es ist schon wieder ziemlich spät in der nacht meine frau und ich wir haben uns da ein bisschen bisschen arbeit gemacht ich zeige es euch mal und zwar haben wir mal wieder ein paar beuten aufgeladen die wanderung geht morgen ganz früh in der frühe los sauber verarbeitet sauber gesichert so muss das ladungssicherung ist ein wichtiger punkt es ist einfach herrlich wenn man dann fertig ist und sieht das ganze gehänsel so dann geht's ab in die rapsdracht